willkommen zu einem kleinen unboxing und zwar heute ist es der c64 mini ich versuche mich ein wenig kurz zu fassen denn bei geräten die mir sehr am herzen liegen habe ich die angewohnheit ein wenig auszuschweifen mit meinen erklärungen und deswegen lege ich mal direkt los im hintergrund seht ihr immer wieder ein paar bilder die ich von dem kleinen gerät gemacht habe doch zuerst ein klein wenig information der c64 kam in deutschland 1983 auf den markt und die produktion wurde 1994 eingestellt der preis betrug damals circa 1500 d mark das sind umgerechnet so circa 750 euro das dingen wurde verkauft circa 20 millionen mal das ist echt nicht wenig und die datenträger waren entweder eine diskette eine datasette oder ein steckmodul je nachdem was man gerade hatte und es gab natürlich auch neben einem bildschirm der dazugehörte auch ein externer nadeldrucker den hatte ich auch gehabt und klappt das programm hieß print fox und das ding war nicht nur mega laut sondern auch mega langsam und die druckqualität war natürlich eher bescheiden aber zurück zum c64 mini so der c64 mini hat 64 spiele schon vorinstalliert ich könnte mal so ein paar nennen unter anderem streetsport baseball summer games zwei was ist denn noch so recht bekannt boulder dash california games der jumpman und ach gott ich eigentlich ich denke mal für jeden ist da was auf jeden fall dabei speedball 1 speedball 2 was ich damals auch sehr sehr gern gespielt habe für mich persönlich fehlen natürlich noch viele viele klassiker aber das ist ja immer so für mich persönlich fehlt noch skate or die bruce lee rampage street board sports basketball oder street sports soccer habe ich immer gern gespielt das sind so spiele die mir persönlich noch fehlen aber okay und das ist wie gesagt ja halt immer so der lieferumfang beträgt diese c64 mini computer tastatur die man zwischendurch schon sieht ein c64 joystick ja es ist nur leider nur einer dabei ich habe mir jetzt noch einen zweiten aus italien mal bestellt die waren recht günstig oder der preis beträgt der preis beträgt circa bei den joysticks zwischen 40 und 60 euro dann ist noch ein hdmi kabel dabei fürs fernsehgerät oder für den bildschirm wo man das immer auch anschließen möchte und ein stromkabel aber kein netzteil ich habe mein netzteil vom firefox ach quatsch firefox vom fire tv stick genommen das geht ganz gut was ich natürlich ein bisschen lame finde von der veröffentlichungs firma hier ich weiß gar nicht wie sie heißt dass da drauf steht ich lese mal den wort laut vor obwohl einige usb kompatible geräte möglicherweise in der lage sind die konsole mit strom zu versorgen kann retro games keine empfehlung zu spezifischen geräten aussprechen beachten sie bitte die anweisung von drittanbietern zu deren geräten da macht man sich natürlich ziemlich einfach auf gut deutsch probier mal aus und wenn es kaputt geht weil warum auch immer dann ist das deine schuld und nicht unsere unsere also retro games heißt die firma das haben wir jetzt auch mal herausgefunden ja und noch eine kleine bedienungsanleitung ist dabei und wie ich schon sagte die 64 vorinstallierten spiele dann hat natürlich der c64 mini noch eine interne speicherfunktion und noch ein usb port da kann man zum beispiel software updates über den usb über ein usb stick drauf laden werde ich vielleicht irgendwann mal versuchen oder machen schauen wir mal so was bleibt sonst noch zu sagen also ich habe das gerät mal angeschlossen das geht auch alles ganz gut am anfang muss man dann nur die sprache auswählen der joystick ist natürlich für leute die vielleicht nur ein gamepad kennen echt ungewohnt aber ich muss sagen im vergleich zum originalen joystick von früher ähm stinkt dieser hier ein wenig ab finde ich also der originale von früher der rote ähm wie man ihn auch hier drin hat das war ja das das stand der standard joystick nenne ich das mal obwohl ich auch noch andere hatte aber das war halt der beste von der qualität her damals den gab es auch in verschiedenen farben ähm unter anderem transparent gab es den und im blau gab es den und also ein gedöns aber auf jeden fall ich finde diesen c64 mini joystick na gut so mini ist er nicht der hat halt normale größe klar ähm finde ich im vergleich wie ich gerade schon erwähnte zum originalen nur so okay der originale war damals unfassbar sensibel und unfassbar gut und der fühlt sich nicht ganz so gut an sag ich jetzt mal aber okay er funktioniert tadellos und vielleicht kommt auch mit ein wenig spielzeit das gefühl auch für diesen joystick ich werde auf jeden fall einige sachen mal hier von aufnehmen und euch zeigen ich habe gestern noch mal ganz kurz ähm reingeschalten und mal so zwei drei spiele probiert und ach macht das laune also ich bin so froh dass ich diese zeit damals intensiv als kind miterleben durfte der c64 war ja mein zweiter computer oder mein zweiter heimcomputer den ersten den ich hatte den hatte ich zwar nur ich glaube sieben acht monate den ersten den ich hatte war ein schneider mit data setten laufwerk und der zweite war halt der c64 mit ein floppy laufwerk mit diesen großen schwarzen disketten ich könnte euch noch so viel erzählen davon wie das damals ablief unter anderem musste man damals die disketten um die zu bespielen musste man die ähm links und rechts oben ach wie kann ich das beschreiben so 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 takern so lochen damit äh diese formatiert waren und ähm hat man aber damit sein locher zu viel gelocht war die diskette kaputt und all so ein gedöns oder wenn man ähm irgendwas ich sag mal ein magnet in der nähe von so einer diskette ähm ähm hingelegt hat dann war die diskette gelöscht das heißt dann war die diskette wieder komplett leer und ja und das laden hat natürlich ewig gedauert und der flop das floppy laufwerk war unfassbar laut aber es hat immer spaß gemacht ähm wir waren immer mit vielen vielen leuten vor diesem computer und haben olympiade gespielt oder äh skate or die gespielt und das auch wenn man sich immer abwechseln musste maximal ging er nur glaube ich zwei gegen äh eins gegen eins und die anderen zwei mussten halt warten bis sie dran waren aber das war unfassbar schön und ich hoffe auch dass ich ein wenig dieses feeling vom c64 mini zurückbekomme so das war es heute von mir wie ich schon sagte ich habe versucht mich kurz zu fassen ähm denn wenn ich hier einmal aushole mit erinnerungen dann geht dieses video glaube ich zwei stunden vor mir auf jeden fall eine kaufempfehlung wenn ihr das dingen bekommt ähm einmal für die leute die den c64 damals hatten und sich die erinnerung zurückholen möchten oder für leute die das dingen gar nicht hatten und vielleicht ein wenig das gefühl von damals äh bekommen möchten ähm angemerkt sei noch dass die tasten auf diesem ähm äh tastatur keyboard nicht eindrückbar sind das sind einfach nur äh plastik tasten die äh feste sind und die kann man nicht drücken ist halt nur für die optik finde ich persönlich schade weil wenn ich bei den c64 habe ich die olympiade rangemacht da muss ich ja meinen namen eintippen das muss ich über den joystick machen wäre natürlich schön gewesen wenn ich das über diese tastatur hätte machen können normalerweise muss es sogar möglich sein dort eine tastatur anzuschließen ich habe ja mehrere usb ports dort ähm aber wenn ich schon diese tastatur habe in diesem retro c64 look wäre schön gewesen wenn ich die auch komplett hätte benutzen können so jetzt bin ich wieder ein bisschen äh in meiner zählung äh ausgeschweift aber ich beende jetzt dieses video dieses unboxing ich bedanke mich fürs zusehen bis zum nächsten mal euer mygamingworld81 ich bedanke mich fürs zusehen